Nein, das passt prima, wenn du schon mal in der Nähe bist. Schön, dass du uns mal wieder besuchst. Ja, ja, ich gebe Vater Bescheid. Ja, bis nachher. Vater, ziehst du dich bitte an? Emma kommt zu Besuch. Schau, hier liegt schon alles bereit. Vater, schnell, sie kommt bald. Warum soll ich mich anziehen? Ich will mich überhaupt nicht anziehen. Komm, ich helfe dir. Lass mich endlich in Ruhe. Willst du den Besuch vielleicht in Pyjama empfangen? Ich will überhaupt keinen Besuch. Ich komme allein zurecht. Dann mach dein Zeug doch selber. Na, dann geh doch. Mach ich auch. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Du bist glücklich. Emma kommt. Ah ja, Emma. Emma, die du so gerne magst. Ja. Ja, freust du dich? Ja. Möchtest du etwas Schönes anziehen? Muss das sein? Schau mal. Das ist deine Lieblingshose. Ja. Und das Hemd hier passt auch prima dazu, oder? Ja. Ist doch sehr fein gebügelt alles. Ja. Möchtest du deine Knöpfe schon mal aufmachen? Jetzt gleich? Ja, sie kommt bald. Ich mach schon mal hier die Knöpfe auf, okay? Emma kommt. Schön, nicht? Ja. 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 Ja.